Nach dem berühmten Chinggis Khan war es ein Mann, dessen Name die Erde erzittern ließ. Koblai Khan. Seine mongolischen Reiterhorden waren es, die wie Stürme über China fegten und überall Gewalt, Grausamkeit, Hass und Kampf entfachten. Sie eroberten ganz Asien, aber ständige Gefahr und Tod waren ihre Begleiter. Im Schrecken der Wüste, in der Gefahr der Berge und bei den Mönchen, die Kung-Fu lehrten. Ein Film, der an Originalschauplätzen mit ungeheurem Aufwand und mit zwölf Topstars gedreht wurde. Ein Film, der sie direkt in das Reich der Mitte führt. Kublai Khan, mit den Weltstars Anthony Quinn, Omar Sharif, Orson Welles, Horst Buchholz, Hakim Tamirov, Gregoire Aslan, Volko Lulli, Elsa Martinelli, Robert Hossein und Massimo Girotti und vielen anderen. Die außergewöhnliche Ausstattung. Die Weltstars aus Amerika und Europa machen diesen Streifen zu einem Film, der ein großes Erlebnis für sie wird. Kublai Khan. Ein Film, so kühn, so hart, so voller Gewalt und Kampf und so wild, wie die riesigen Reiterhorden des Kublai Khan, die in Ost und West einen Teil der Welt eroberten. Aber auch ein Film, voll von fremdartigem Reiz. Kublai Khan. Ein Film, der spannendsten Abenteuer erwartet Sie demnächst in diesem Theater. Untertitelung des ZDF, 2020